So, jetzt bin ich also unten, da war ich jetzt gerade oben, naja, also beim ersten Pfeiler war ich wahrscheinlich noch nicht mal und das geht dann echt noch ein ganzes Stück da nach hinten lang, haben wir ja gesehen, oben, ne? Und so sieht es eben von unten aus. Also man kann es von hier aus eigentlich auch nicht so richtig sehen, die Länge, aber man sieht halt mal wenigstens die Pfeiler, ja gut, die sind natürlich schon Stein, aber oben ist eben komplett Stahl. Okay, das mache ich jetzt weiter. Sonst kommt schon wieder so ein Alter. Nehmen wir den auch noch mit. Da muss man auch die Räder reinhängen, dann so ein Haken, ich liebe das. Ich sage es euch, das ist ja ein Krampf. Ciao.